Hallo Gela, ich bin Tim Sonderhüsten, der Programmleiter von DotBooks. Und ich bin Patrick Hintz, der Autor. Und wir haben uns gedacht, wir möchten gerne ein kleines Video für dich aufnehmen, um uns bei dir zu bedanken für dein Interesse an Patricks Buch, Herr S. bekommt Besuch. Und wir möchten uns dafür bedanken, dass du einem unbekannten Autor, das ist der Punkt, wo du jetzt ein bisschen böse schaust, ich lege einfach den Finger wieder hoch, auch einem unbekannten Autor eine Chance gegeben hast, dich für sein Buch interessiert hast und vor allen Dingen, wie wir finden, eine ganz tolle Rezension dazu beschrieben hast. Vielen Dank, auch von mir natürlich. Jetzt wäre der Teil, wo du einen Teil aus der Rezension zum Besten gibst. Ja, liebe Gela, mich hat natürlich am allermeisten gefreut, dass du beschrieben hast. Die Natürlichkeit und Vernetzlichkeit der Protagonisten hat mir besonders gefallen. Familie ist alles andere als einfach und jeder kriegt seinen Teil am Gelingen bei. Kann ich nur beipflichten. Fand ich sehr schön, hat mich sehr berührt. Vielen Dank. Und wie ist das jetzt für dich, wenn du jetzt so eine richtige Rezension auf dein Werk bekommst? Also nicht nur mich, der ich dir immer sage, wie toll deine Sachen sind, sondern dir wirklich auch eine richtige Bloggerin sagt, Mensch, super Buch, hat mir gut gefallen. Das freut mich und deswegen schreibt man Bücher oder ich schreibe nicht Bücher, dass mal irgendjemand wie du zum Beispiel mir so etwas Schönes schreibt. Daher vielen Dank. Und deswegen vielen Dank für deine Rezension und ich hoffe sehr, du hast noch viel Spaß mit weiteren Büchern aus dem Dotbox-Verlag. Tschüss. 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 Tschüss.